Wie versprochen, versuche ich hier zu überleben. Aber es sieht ganz gut aus mittlerweile. Ich glaube, das war es schon. Ich habe mich einfach eine Sekunde lang versteckt und die Tiere haben den Rest erledigt. Bis auf den einen Tier. Bis auf das eine Tier, das ich abgeknallt habe. Dieses Ding ist echt gefährlich. Mein Vogel. Nein, Aloy, jetzt hör auf, die Waffen immer alle anzufassen. Ich glaube, wir haben es geschafft. Soll ich jetzt die Waffen alle mitnehmen? Kann ich mehr als eine tragen? Oh, ein Verwüster war sogar dabei. Habe ich nicht mitbekommen. Ja, das ist ganz cool, wenn die sich so alle untereinander kloppen, kann man sich manchmal ein bisschen zurückhalten. Die machen das dann schon. Das war der Eisbrüllrücken. Feuerbrüllrücken. Egal. Irgendein Brüllrücken. Hier, und das ist ja etwas, das konnte ich ja am Anfang schon nicht mitnehmen. Kann ich jetzt mitnehmen? Oh, ich hätte einen Wagen mitnehmen sollen. Krass. Krass. Wir haben es geschafft. Voll gut. Da. Das Teil da haben wir überbrückt. In dieser Höhle waren wir. Sehr gut. Tschüss. Auf geht's. Wir haben die Höhle überbrückt. Wir haben das Banditenlager ausgeräumt. Wir haben den Langhals, ähm, ihr wisst schon, erklettert. Was haben wir hier noch zu tun? Wir haben jetzt noch die ganzen verbotenen Zonen. Die man noch machen könnte. Es gibt noch so ein paar Händler und ein paar Feuer, die wir noch nicht aufgedeckt haben. Aber so im Großen und Ganzen, würde ich sagen, haben wir es jetzt. Der Hammer. Die nehmen wir noch mit. Ne? Wo wir schon mal hier sind. Ach toll, das war spannend. Das war aufregend da in der Höhle, in dem Bergwerk, in der ehemaligen Brutstätte. Das war nicht schlecht. Ganz anders. Besser gefallen, weil sie nicht ganz so gruselig war. Ich fand die, ich fand diese ganz dunklen, ähm, reinen Metalldinger echt zu gruselig. Ach so, ich brauche ja kein Holz mehr rupfen. Ich habe ja Holz für den Rest Aloys Leben. des Lebens. Ach, hier ist wieder der Wasserfall. Hier kamen wir ja her. Ich war gespannt, wo hier die Blume sein soll. Ähm, ähm, wartet, wartet. Wie viele sind es? Ohohohohohohohohohohohohohohohohohoho. Nicht schlecht. Alter, sind die effektiv. Halt langsam, aber effektiv. Das war nicht ganz so effektiv. Das auch nicht. Oh oh. Wieso ist das nicht so toll effektiv wie mit dem anderen? Hey, und was greift uns da von der Seite an? Oh. Verstehe. Der hat sich gerade auf mich draufgeworfen. Ich glaube, es hackt. Dass der sich so von der Seite an uns herangeschlichen hat. Was ist das? Was ist das? Ich sehe es nicht mal. Ist jetzt der auf und es drauf? Eigentlich wollte ich den hier erledigen. Und weil seine Buddies kamen ihm irgendwie immer zu Hilfe. So. Jetzt dampft er schon. Tschüss. So. Dann sammeln wir mal ein, wa? Was haben wir uns jetzt verdient, nachdem zwei Eisrücken auf uns drauf saßen? Wo ist denn der andere hin? Noch zwei. Da ist die Blube. Jetzt hätte sie einfach sein können. Na du? Ja, wir wissen ja jetzt auch, wo sie herkommen, Aloy. Wir waren ja jetzt in den Frozen Wilds. Wir wissen jetzt, was abgeht. So. Ach, das war schön, noch so ein paar Eisbrüllrücken zu verkloppen. Nehme ich noch ein Häschen mit. Ich wollte es mal ausprobieren. Ist nichts passiert. Okay, langweilig. Wird sein können, dass er in die Luft fliegt. Ja, was gibt es denn hier noch so? Gibt es noch ein Feuer, das wir entdecken können? Das können wir noch. Waren wir da schon? Ne, da waren wir ja dann auch noch nicht. Das war ja auch noch im Nebel, ne? Ich geh mal hier hin. Hm. Da lang. Ja, ihr merkt es schon. Ich habe überhaupt keine Lust, die Hauptquest weiter zu spielen. Hä? Das Wasser schmeckt nach Rost. Ach so. Weil ich gar nicht möchte, dass es zu Ende geht. Deswegen mache ich jetzt hier noch schnell alles. Oder eben gerade nicht schnell. Alles, was mir noch so einfällt. Bevor wir Red zu Ende spielen. Alles klar. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns morgen.